So Leute, willkommen zurück zu Zombiesa. Wir haben mal schön ausgiebig gepennt. Und maschieren wir hier mal hoch und schauen uns mal die zweite Etage an. Der Wegdienst. Halt sie auf, Jürgen. Gib dein Bestes. Sehr gut. So, ich wette mit dir, dass hier noch so eine Rotz-Alte ist. Na, doch nicht. Militöne. Nehmen wir alles mit. Ja. Weiß nicht, ob wir noch mal Geld brauchen sollten. Was meinst du, Jürgen? Das ist doch für nichts, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das brauchen, ne? Auf jeden Fall sammeln wir ordentlich Munition, ne? So, die Sonne geht auch auf. Schau mal gut, hier waren wir drin, oder? Jo. Da waren wir drin. Schlafen nämlich noch. Okay, ja, dann gehen wir hier rein jetzt, ne? Hier können wir wenigstens einmal reinschauen, ne? Ah, du Glitschschwein, du. Okay, dann gehen wir mal rein, ne? Okay. 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 Dann ist hier noch ein extra Räumchen. Oh, hier ist es. Zum Looten, da waren zwei scheiß Verbände drin. Guck mal hier, die Verbände brauchen wir alle nicht. Dosenbohnen brauchen wir auch nicht. Das lassen wir mal alles mal hier, Jürgen. Alles Zeug, was wir nicht brauchen. Denk ich mir einfach mal. Hallo? Ach, Glitschkopp, ey. Wir wollen nur Munitiöne haben. So, nehmen wir. Oh, ein Zettelchen, okay. Den schauen wir uns gleich mal an. Also. Zweiter Tag der Belagerung. Die Zombies kommen fast nun unterbrochen. Wir haben nicht einmal die Möglichkeit, Verwandte auf die Farben zu besuchen, okay? Und dann fragen wir, wir werfen die Zombies ins Wasser, warum sich das Wasser grün verfärbt. Okay. Jetzt wissen wir auch, was das für eine Brühe ist. Was? Nein, ich kann mal schauen, wenn man nicht mehr hat, man kann, okay. Abzupumpen. Okay, abzupumpen und zu entkommen. Okay, schön. So. Waffe hier drin. Also hier gibt es wohl, so, wir sind ja hier oben, ne? Da gibt es wohl irgendeine Pumpe. Sollen wir uns mal zu Gemüte ziehen hier. Hier durch. Und hier durch. Okay. Noch nichts? Dann müssen wir hier lang, ne? Komm, Kollege. Guck mal, da kommt noch mehr von denen. Die haben wir irgendwie alle aufgeweckt hier. Okay, man kann auch nur. Wettmann. Wettmann. Ah, Wettmann hat da gleich irgendwelche Idioten dabei. Also eine Spukalte, natürlich. Gut gemacht, Jürgen. Endlich hast du den mal aufgehalten. So, wo ist die Rotzkopf, Alter? Ah, da steht die noch. Tschüss. Gerafte Kuh. So, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier wieder 800 Schuss. Okay. Nehmen wir hier so, wie so ein Marktplatz, ja? Oben hat uns auch einer. Ah, die Rotz, Alter, will uns da holen. Da steht auch noch eine. Okay, die versucht wirklich hier zu uns zu kommen. Ja, ja. So wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen, ne? Müssen wir aufpassen, weil die wird jetzt gleich hier ankommen. Noch eine andere, ekelhafte Rotzköppel, ey. Klatt haben wir uns gleich mal die Verbände rein, hier. Kennen wir nix, ne, Jürgen? Ey, das ist ne schöne Falle, ey. Ja, die kann natürlich auch nach draußen rotzen. Ey, die geht mir so auf den Sack, ne? Ach, die steht sogar noch. Und jetzt sind sie beide hin, oder wie? Oder sind die abgehauen von da? Eine liegt da. Die andere ist da unten im Wasser, ey. Und scheißt da die Dinger durch. Ey. Oh, 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 oh. Guck mal, die lebt immer noch da im Wasser. Diese ekelhaften Spiecher, ey. Na ja, es ist aber gut hier langsam, ey. Was ist das hier? Krankenstation, oder wie? Aha. Wir gehen in eine Krankenstation. Wir knallen uns gleich den rein. Dankeschön. Ach, das hätten wir gleich da lassen können eigentlich. Weg damit. Ach, kein Mensch, das brauchen wir auch nicht. Wir wissen Bescheid. Irgendeine scheiß Pumpenstation müssen wir finden. Natürlich. Ekelhaft. Noch eine. Zwei auch noch von denen, ey. Lasst mich doch in Ruhe mit denen. Gehen mir so auf den Zeiger, die Viecher. Da ist schon wieder jemand, oder Jürgen? Ne, das warst du. Mit diesen bitterlichen Vorhängen, ey. Diese Viecher, ne? Oh. Wir knallen gleich doppelte Dosis hier, Jürgen. Warte mal. Warte mal. Ich fände mir erst mal hier rein. Oh, oh. Oh, oh. Wettmann kommt. Jetzt ist es doch langsam mal gut mit denen, ey. Wir gehen mir so am Sack, ne? Hässlige Schabaracke, ey. Irgendwann reicht's doch mit denen, ey. Hier, Schwanzgeld lassen wir da. Sind gut vollgeladen, ne? Wir essen jetzt erst mal. Trinken was. Oh, das wollte ich gar nicht. Das hat sich verschoben hier. Hier, Plastik, lass mal erst mal da. Mann, 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 ey. Ja, ja. Ich hab schon gehört. Und lass mir raten, auch so eine Rotz-Alte, ne? Oh, keine Rotz-Alte? Die nehmen wir. Jetzt können wir hier das Gers im Weg, Jürgen. Der zumindest mag keiner Spuk-Amor, Spuk-Modiel. Ich darf schon mal etwas. Oh, so, so, komm, Jürgen. Tschüss. Oh, oh, fett, Mann. Ey, ich darf hier nicht runterfallen. Ich muss aufpassen, ey. Nicht hier runterfallen, das wäre echt bescheuert. Guck mal her, Jürgen, wir machen mal was. Give me... Ne. Oh, was, du... Wo habe ich das denn reingestopft? Gib mir mal D. Guck mal, wir lassen den Hammer mal da drin. Gucken wir D da rein. Den lassen wir da. Und das Ding tun wir auch noch ausrüsten. Dann können wir nämlich hier immer schön durchwechseln. Haben wir erstmal genug auf Hand. Oh, wir sind bei 67 Kilo. Ja, ich glaube... Sollte mal was ablegen, ne? Ah, denn lassen wir mal da. Hier, 13 Stück tun wir mal weg. Und zu fressen, ne? Gucken wir nochmal, ob wir hier alles haben. Beste? Besser. Oh, oh. Sieht doch schon wieder sehr verdächtig aus hier. Überall kann man runterfallen. Na? Ja. 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 Okay. Oh, naja. Das habe ich mir schon fast gedacht, ne? Hm, 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 hm. Ich verstehe. Ich verstehe. Wo geht's denn hier runter? Hier. Oh, Jürgen. Wenn man das fasst hier vorne hin. Wenn wir das schon hier haben. Das ist der Einzige. Äh, 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 äh. Gut. Egal. Es kann natürlich... Es ist... Ja. Nichts dazu. Alpha. Wir sind in der Alpha. Jürgen, ich würde sagen, wir... Wir riskieren es einfach. Ja, überschreib. Ich bin hier am Sack. Okay, dann rüsten wir aber die Granatchen aus. Jürgen, komm mal her. Gib mir mal... Gib mir mal... Gib mir mal die hier. Obwohl, die brauchen lange, ne? Ja. Ah, was machen wir denn, ey? Komm, wir probieren es jetzt einfach. Auf geschissen, ey. Wir probieren einfach. Los geht's. Wir haben bisher noch keinen. Oh. Oh. Oh, ich sehe nicht, man. Oh, ich sehe nicht, man. Kommt keiner, weil wir so gut aufgeräumt haben, oder was? Aber man... Wie hätte man sonst hierher kommen sollen, ne? Man muss die ja alle wegschnippen, ey. Ich weiß nur nicht. Ah, da hinten kommen welche. Ah, alles Klärchen. Oh, oh. Oh, oh. Da geht's los. Wir haben halt ein bisschen gebraucht, weil wir doch dann halt noch welche kaputt gemacht haben, ne? Auf dem Weg hierher. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, ne? Okay, die ist hin. Jo. Auch mal die ist hin. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch einige. Oh, oh, oh. Da kommen noch einige. Oh, oh. Oh, paar Fettsäcke auch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. naja werse müssen wir aufpassen Ok, die haben wir weg Weg da, Jürgen Da kommt die nächste Sprung Okay, dann lassen wir hochkommen Gut, dass die hier so ein bisschen festpacken Wo ist denn der andere hier? Der müsste doch schon längst hier sein Ah, da kommt er 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 Oh, 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 oh Uiheiheiheihei Oh oh, Freddy Oh 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 Ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh noch ein fett, Alter. Ey, ihr wollt mich doch voll fertig machen, ne? Ach du Scheiße. Ey. 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 Ich hab nirgends wo mehr Munition. Diese Scheißpumpe ist auch schon wieder aus. Und nachts wird's auch noch. Oh oh oh. Hey. Ey. Ey. Ich hab doch die Pumpe angemacht, oder nicht? Kann hier nicht lange bleiben. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Ja, natürlich hat die da wieder hingerotzt. Dieses ekelhafte Schwein. Dieses ekelhafte. Oh. Da sind ja noch viel, viel mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja alles gut. Oh, 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 oh. Fettmann ist gar nicht gut. Und schon wieder aus, das Ding. Boah, ist der Fett hier jetzt tot, oder was? Endlich ist der Fettsack weg. Gott sei Dank. Okay, schmeißen wir wieder an, das Ding. Oh, 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 oh. Haben wir nur noch den Schildaffen hier? Ist das der letzte? Ich will dir sagen, dass wir das geschafft haben. Lass mal nachladen. Oh, 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 oh. Oh. Ich muss schlafen, aber nicht jetzt, ey. Ich geh doch jetzt nicht schlafen. Boah, wie das hier aussieht. Bitte sag mal, dass wir ja jetzt alle haben. Komm, komm Ich glaube, aber es kommt keiner mehr nach Ich glaube, wir haben das geschafft Sieht doch aus hier, wie auf dem Schlachtfeld Wie lange geht denn der Spaß? Wie lange soll man denn hier rauf rumrücken? Aber ich glaube, da kommt wirklich keiner mehr Aber wir haben alle niedergemetzelt Aber hat auch gereicht Hat auf jeden Fall gereicht . . . Und. . . . . . . Ah, ich glaube, da kommt keiner mehr. Ich weiß, dass es dunkel ist. Ich werde auf jeden Fall mal hier weiter den Drück August machen und sage jetzt erst mal tschüss bis zur nächsten Folge, weil ihr werdet hier nicht viel verpassen, denke ich mir. Sag mal danke fürs Zusehen, tschau tschau. Vielen Dank.